Ein Hauch von Hollywood in Landsberg, das Snowdance Film Festival, gab sich vom 29. bis 31. Januar die Ehre. Schon zum dritten Mal fand dieses Fest für Independent-Filme in Landsberg statt. 237 Einreichungen von unabhängigen Filmemachern mussten die Veranstalter anschauen und bewerten. In den Wettbewerb gingen 20. Diese konnten die zahlreichen Besucher in verschiedenen Spielstätten anschauen, Kino als Erlebnis, das Gespräch mit dem Regisseur inbegriffen. Am Start waren verschiedene Genres, von der Dokumentation über Drama, Komödie und Actionfilm bis hin zum Naturfilm. 3000 Grad, eine Doku über ein Festival. Nekro, ein türkisches Drama über einen Hilfspfleger, der sich in eine Leiche verliebt. Ganz was anderes, die schwarze Komödie der Kuckuck und der Esel. Gänsehaut. Dermaturgi kann so einfach sein. Ich finde es absolut normal, an einem Drehbuch mehrere Monate zu arbeiten. Aber sie haben doch schon seit neun Jahren dran gearbeitet. Mission 92 Energy, ein Action-Abenteuer wie aus Hollywood, das gerade mal 200.000 Euro gekostet hat. Der Naturfilm Searching for Dragons mit atemberaubenden Bildern. Das Warm-up für das Festival begann bereits schon am Dienstag. Musik und viel gute Laune im Licker. Großer Andrang bei den Kurzfilmen. Prominenter Gast Hannes Jennecke wollte einfach nur eins. Einen schönen Abend in Landsberg in einer wunderschönen kleinen Stadt. Ich wohne ja nicht allzu weit von Hebelmann-Weiß. Ich bin ja so 25 Kilometer hier am Ammersee. Und finde es auch einfach großartig, was sie hier hochgezogen haben. Und unterstütze das so gut und so mit der größten Begeisterung, die ich an den Tag legen kann. Am Freitag dann große Eröffnung im Stadttheater. Viele geladene Gäste, darunter Oberbürgermeister Matthias Neuner mit Familie und Politikerin Gesine Schwan. Heiner Lauterbach, einer der Organisatoren, selbstverständlich auch mit dabei. Das Stadttheater war proppenvoll. Diejenigen, die Karten bekommen hatten, konnten sich glücklich schätzen. Die Gäste wurden begrüßt von den Veranstaltern Tom Bohn, Jürgen Farnholz und Heiner Lauterbach. Wir sind jetzt richtige Landsberger, alle miteinander. Ein Schmankerl bei der Eröffnung, die Gruppe Hexagon aus Türkenfeld. Beim Festival ging es nicht nur darum, Filme anzuschauen. Es gab auch Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Beim Speedcasting konnten junge Schauspielerinnen und Schauspieler mit Medienschaffenden ins Gespräch kommen. Eine Runde dauert fünf Minuten und dann heißt es, im Uhrzeigersinn, weiter zum nächsten. Auch Workshops zu Themen wie Filmmusik und Schauspiel standen auf dem Programm. Ein Highlight des Festivals mit Sicherheit der Besuch von Till Schweiger. Er stand bei einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort. Weil ich den Luxus habe, den habe ich mir hart erarbeitet. Ich habe am Anfang auch immer mein eigenes Geld in die Filme investiert. Ich bin also dadurch Produzent geworden, indem ich gesagt habe, ich zahle mir meine Gage nicht aus. Ich riskiere sie als mein Eigenmittel in der Finanzierung dieses Filmes. Und das ist mal gut gegangen und mal nicht gut gegangen. Aber dadurch bin ich jetzt eigentlich klassisch independent. Till Schweiger war vom Festival begeistert und will angeblich nächstes Jahr wiederkommen. Samstagabend die Deutschland-Premiere von Versailles, der teuersten Serie, die je in Europa produziert wurde. Bei der anschließenden Electro Night trafen klassische Kostüme auf moderne Beats. Am Sonntagabend dann die Preisverleihung. Beste Regie Andreas Arnstedt für den Film Der Kuckuck und der Esel. Der Kuckuck und der Esel, die Arnstedt für einen Stammel, wer wohl am besten singt, wer wohl am besten singt, wer wohl am besten singt, so schön. Der Regisseur Daniel Sugawara bekam den Preis für den besten Film. The Most Beautiful Thing in the World, ein Drama aus Holland. Wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Wird das Festival wachsen? Wenn wir mehr gute Filme bekommen, brauchen wir mehr Spielstätten, das ist sicher, aber lieber die Qualität höher setzen und auf den gleichen Spielstätten bleiben. Wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass wir wirklich so viele Einreichungen bekommen, was sich jetzt abzeichnet, dass immer mehr wirklich sehenswerte Filme kommen, brauchen wir mehr Spielstätten. Das Festival war auch dieses Jahr ein großer Erfolg. Die Snowdance Crew sagt Danke an Landsberg. Schön, so etwas Außergewöhnliches in der Lechstadt zu haben.